Wir wollen in die Zukunft gehen, nicht länger nur nach hinten sehen. Wir wollen kein Meckern mehr, packen wir es an. Wir wollen zu unserer Heimat stehen, gemeinsam einen Landrat wählen. Mit Schröder sind die Chancen groß, wann geht's endlich los? Schnell muss es nach vorne gehen, wir wollen endlich Erfolge sehen. Schnell muss es nach vorne gehen, wir halten es nicht mehr aus. Wir wollen zu unserer Heimat stehen, gemeinsam einen Landrat wählen. Mit Schröder sind die Chancen groß, wann geht's endlich los?